Musik Wenn Gott mir die Möglichkeit geben würde, noch einmal zu leben, würde ich nichts anders machen. Das Einzige, worum ich den Herrn bitten würde, ist, dass er mich in den Momenten, in denen ich außergewöhnliche Entscheidungen treffen muss, davon abhalten soll. Was heißt außergewöhnliche Entscheidungen? Wenn konkrete Gefahr droht, greife ich zur Waffe. Wie oft wurde auf Sie geschossen? Viermal haben Sie versucht, mich zu töten. Viermal. Haben Sie jemanden erschossen? Zum Schutz des eigenen Lebens oder der Ehre wegen. Wie in dem Fall, als ich zum zweiten Mal sitzen musste. Überall, wo es Interpol gibt, kann ich verhaftet werden. Das macht mich krank. Das ist die Sonne, die kann ich sehen. Mehr sehe ich nicht. Zu mehr kann ich nicht fahren. Ich kann nirgendwo hinfahren. Ich habe mich an ein luxuriöses Leben gewöhnt, das liebe ich. Wahrscheinlich beneiden mich deshalb alle. Ich liebe den Luxus, auf großem Fuß zu leben, Geld auszugeben, wenn ich welches habe. Ich liebe gute Hotels und First Class Flüge, Privatschats. Und ich liebe es, auf einer Yacht unterwegs zu sein. Aber was soll man machen? Die lassen mich einfach nicht. Die russische Mafia ist glänzend ausgebildet und genießt offen politische Protektion. Die russische Mafia in Europa. Polizeiaktionen wie hier in Spanien 2008 sind selten. Jedoch werfen sie ein spektakuläres Schlaglicht auf die geheime Welt der organisierten Kriminalität. Aber was ist die russen Mafia eigentlich? Was ist ihre Geschichte? Was sind ihre Strukturen? Und wo liegen die Grenzen zu legalen Geschäften? Eine Zeitreise von den Straflagern Stalins bis heute. Als die Russen kamen, haben sie hier alles aufgekauft, was möglich war. Zum Beispiel solche Häuser hier. Sie stehen eigentlich niemals zum Verkauf. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben. Warum ich es gekauft habe? Weil es das Abgefahrenste überhaupt ist. Churchill hat hier gewohnt. Danach der ägyptische Prinz. Heute könnte mir dieses Haus 70 Millionen Euro einbringen. Nein, für mich ist es einfach eine Oase. Leonid Bilunov, geboren 1949 in der Ukraine. Aufgewachsen in einem Spezialinternat des KGB. Schulbesuch bis zur sechsten Klasse. Viermal verurteilt. Insgesamt 18 Jahre im Gefängnis. Heute Multimillionär. Lebt seit Mitte der 90er Jahre in Frankreich. Das hier, das bin ich. Hier ist mein kleiner Bruder. Das sind Kolja und meine Mutter. Warum sind so wenige Kinderfotos erhalten? Wer sollte sie denn aufbewahren? Sportinternat, Kinderheim, Gefängnis. Wir hatten damals andere Sorgen als Fotos. Ich war 14 Jahre alt und wollte auf der Straße etwas zu trinken holen. Da kam eine Gruppe junger Leute daher, vielleicht vier, fünf Jahre älter als ich. Wir kamen ins Gespräch. Und damals habe ich erfahren, wie einfach es war, Geldabholer zu überfallen. Sie trugen nicht immer ihre Waffen bei sich. Die zwei Typen rissen die Tasche aus den Händen von den Geldabholern und warfen sie mir über den Zaun. Sie liefen weg. Ich natürlich auch. So begann meine Heldengeschichte in den sowjetischen Lagern. Brilow. Brilow. Schau mal, wie schön das ist. Italienische Epoche. Gefallen Ihnen meine Bilder? Was sagen Sie? Das hier ist die holländische Epoche. Gehen wir weiter. Ich zeige es Ihnen. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Sind Sie glücklich im Leben? Naja, Sie sehen doch, ob ich glücklich bin oder nicht. Wenn es nicht der Fall wäre, würden Sie mich dann interviewen? Alemjan Tochter Hunov. Multimillionär. Nach dem Ende der Sowjetunion lebte er lange Zeit in Westeuropa. Geboren 1949 in Usbekistan. Abschluss der Mittelschule. Dreimal verurteilt. Insgesamt fünf Jahre Gefängnis. Meine Eltern waren Ärzte von Beruf. Leider sind sie zu früh verstorben. Gott hab sie selig. Bis zu meinem 20. Lebensjahr spielte ich Fußball. Dann hab ich angefangen, Karten zu spielen. Die Löhne betrugen damals rund 100 bis 200 Rubel. Wir spielten um 50 bis 100.000 Rubel. Das waren unsere Einsätze beim Kartenspiel. Vitalij Djomochka. Geboren 1967 in Usurisk. Im fernen Osten Russlands. Schulbesuch bis zur siebten Klasse. Ich wollte gerade mein ganzes Magazin abballern, verdammt nochmal. Heute lebt er in Moskau. Viermal verurteilt, zwölf Jahre Gefängnis. Was ist los? Brauchst du Medizin? Mein Geschwür. Geschwür? Ja, ein Geschwür. Wenn du im Gefängnis sitzt, bekommst du an einem Tag etwas zu essen, am anderen wieder nicht. Mein erstes Fahrrad hab ich mit 8 Jahren geklaut. Und das war mein krimineller Einstieg. Mit 10 wurde ich bei meinem ersten Anbruch erwischt. Einige Klassenkameraden hab ich damit reingezogen. Und ging schon damals zu Raubüberfällen über. Mit 18 wurde ich ins Gefängnis gesteckt. Damals hatte ich überhaupt noch keine Ahnung, was Wohlstand ist. Die weltweit größte Anzahl von Strafgefangenen gibt es in Russland. Auf je 100.000 Einwohner kommen 600 Gefängnisinsassen. Jeder vierte erwachsene Mann ist ein ehemaliger Strafgefangener. Ein berühmtes russisches Lied sagt, das halbe Land saß ein, die andere Hälfte wartete. In russischen Gefängnissen existieren eigene Gesetze, die sich weder unter der Kontrolle der Gefängnisverwaltung befinden, noch von irgendjemandem sonst. Das ist eine Welt für sich, ein ganz anderes Leben, verbunden mit Erniedrigungen, Würde und Ängsten. Ich habe gelernt, Menschen zu durchschauen, mir im Laufe der Zeit sehr gute Menschenkenntnisse angeeignet. Manchmal sind die Beziehungen dort viel reiner, viel intensiver als in der Freiheit. Der Mensch, der ein Kind missbraucht oder getötet hat, der hat dort keine Chance zu überleben. Wenn ein Typ beispielsweise im Lager zu dir sagt, fick dich, und viele haben das gehört, dann muss man einfach zum Messer greifen. Sonst hören sie auf, dich zu respektieren. Ich meine Menschen, die sich selbst respektieren, antworten darauf mit Taten. Das erste Mal passierte es im Kindererziehungsheim. Der Gefängniswärter sorgte für Ordnung. Er hat viele von den Kindern misshandelt. Wenn wir dort zu Hunderten marschieren mussten und jemand aus dem Rhythmus kam, dann gab es richtig Prügel. Er hat überall hingeschlagen, an jedes Körperteil. Das war ein Schock für mich. Der Typ hat mir alle Knochen gebrochen und als er fertig war, hat er mich genommen und mich war weich wie Butter. Und er hat mich durch das Fenster geschmissen. Allen wurde klar, wir müssten dagegen etwas unternehmen. Ich habe in der Schmiede gearbeitet und eines Tages spürte ich, dass sich diese eine Hand auf meine Schulter legte. Ohne lange zu überlegen, nahm ich die Zange, die mehrere tausend Grad heiß war, packte ihn und schlug mit der neben mir liegenden Brechstange so lange zu, bis er tot war. Aber ich habe nicht ihn getötet. Ich habe meine Angst getötet. Vielleicht bin ich dort böser geworden, vielleicht auch erfahrener. Ich habe auf manche Sachen nun anders geschaut. Ein guter Knastbruder bin ich, oder? Dreimal verurteilt. Einmal für Schmarotzertum, einmal für ein Passvergehen, ein drittes Mal für Bestechung bei der Vergabe olympischer Medaillen. Einfach sagen. Legendär. Ich kam also ins Gefängnis bei Jitomir. Da gab es einen Major namens Machno. Er sagte, hier werden Sie täglich 26 Stunden geprügelt. Ich fange als Erster an. Und ein Fähnrich zählte auf, Dschwerginze. Danach kommt er zu mir. Ich habe ein kleines Kreuz aus Aluminium, welches ich aus einer Druse gemacht habe. Was ist das, fragte er. Als er nach meinem Kreuz hingreifen will, packe ich ihn an seiner Hand wie aus der Pistole geschossen. Keiner hat so eine Reaktion erwartet. Alle waren baff. Und plötzlich sagt der Fähnrich zum Major, während er meine Akte liest, besonders gefährlich, beherrscht die Nahkampftechnik. Wie kein anderer. Machno schaute mich kurz an und geht weiter zum Nächsten. Er will ja ungestraft schlagen. Und da kommt plötzlich ein Typ, der ihm ein Auge rausschlagen, ihm den Hals zerfetzen oder so in die Niere schlagen kann, dass er in einem halben Jahr sterben würde. Und dann, was kann er mit mir schon machen? Danach wird es ihm auch nicht besser gehen. In den Gefängnissen und Lagern, praktisch überall, herrscht bis heute das Gesetz der Diebe. Die 30er Jahre in der Sowjetunion. Millionen Menschen werden in ein riesiges Gefängnis- und Lagersystem verbannt. Verurteilt wegen angeblicher politischer oder krimineller Taten. Alles nach dem Willen des Diktators Stalin. Nur dort im Gulag existiert die einzige echte Oppositionsbewegung des Landes, die kriminelle Unterwelt. Man lebt nach einem ganz eigenen Verständnis und ungeschriebenen Gesetzen, die das Leben der Verurteilten regeln und beherrschen. Tätowierungen werden zum Unterscheidungsmerkmal, zeigen die Zugehörigkeit zur kriminellen Welt. Durch sie wird vieles über das Leben eines Menschen erfahrbar. Wie viele Jahre hat er gesessen und wofür? Seine Beziehung und Haltung zum System und seine Stellung in der kriminellen Hierarchie. Wenn ein Mensch mit einer markanten Tätowierung an einen bestimmten Ort kommt, verstehen alle, wer er ist. Jedes Motiv hat eine große Bedeutung und zeigt das Potenzial des Menschen. Es zeigt, wer er ist und was er darstellt. Und welche Bedeutung hat ihre? Keine Loyalität zu den Gefängnisswärtern. Solch eine Tätowierung auf den Knien mit Sternchen bedeutet, dass ich niemals vor den Machthabenden in die Knie gehen werde. Vor allem in den Gefängnissen werden zu jener Zeit Anführer eines ganz neuen Typus geboren. Diebe im Gesetz, die Könige der kriminellen Welt in der Sowjetunion. Wer genießt im normalen Leben die höchste Autorität? Der Präsident, richtig? In der kriminellen Welt gehört die höchste Autorität dem Dieb. Die Gesetze der Diebe sind sehr einfach. Kein Verrat, keine Zusammenarbeit mit den Behörden, keine Familie. Und sehr wichtig, gute Nachfolger heranziehen. Die Idee war folgende. Keine Familie, kein Business, nichts. Kein eigenes Geld, keine Arbeit, keine Wohnung, kein Wohnsitz. Um ehrlich zu sein, ich habe mich bis heute nirgends angemeldet. Ich habe niemals gearbeitet, nie. Etwas war in mir drin, was ich vielleicht bis heute nicht ganz verstanden habe. Aber intuitiv wusste ich, dass ich für keinen arbeiten muss. In der Sowjetunion sind die Diebe im Gesetz und die sogenannten Autoritäten, also die Bandenchefs, strenge Bewahrer krimineller Traditionen. Sie sorgen für Ordnung in den Gefängnissen und für die gerechte Lösung von Konflikten. Sie sind in ein Gefängnis geraten. Sie sind kein Dieb, keine Autorität. Und stellen Sie sich vor, es gäbe dort keine harte Hierarchie. Und nun kommen zu Ihnen zwei Typen, die wegen Weiß Gott was sitzen und sagen, Duda, pass mal auf, ab jetzt gibst du uns das und dies und jenes. Menschen, die so etwas tun, werden dafür entsprechend bestraft. Die Mission eines Diebes ist die eines Abgeordneten. Verstehen Sie? Im Grunde geht es darum, dem Volk zu helfen. Im Gefängnis wird der Nachwuchs herangezogen. Jede Autorität sucht dafür seine künftigen Pläne, die richtigen Leute. Naja, ich hab das auch gemacht. Am 26. Mai wurde eine der ersten Ministerratsbeschlüsse der UdSSR über die individuelle Arbeits- und Handelstätigkeit verabschiedet. Ich habe eine Anweisung gegeben. Folgen Sie diesem Beschluss. Die Perestroika-Politik Gorbatschows sorgt zunächst für noch mehr Mangel und noch größere und schnellere Verarmung in der Bevölkerung. Noch gibt es keinerlei Privatwirtschaft. Produziert wird ausschließlich staatlich. Erst ein Gesetz über die Gründung von Kooperativen erlaubt plötzlich private Initiative und privaten Handel. Wie Pilze schießen nun kleine Geschäfte, Genossenschaften und Firmen aus dem Boden, um die riesige Nachfrage etwa nach Kleidung und Lebensmitteln zu befriedigen. Der erste solcher Ort in Moskau war der Riga-Markt. Als man den Genossenschaften erlaubt hat, am Wochenende zu handeln, mit Jeans und allem möglichen Krimskrams, da begannen kräftige Jungs sich dort zu gruppieren. Im Grunde war dieser Markt in Moskau der Geburtsort der Schutzgelderpressung. Und da es Ende der 80er Jahre eine Menge wohlhabender Menschen gab, wurde dementsprechend auch die Zahl derer größer, die sich auf ihre Kosten bereichern wollten. Das waren dann wir, die Banditen. Die frischgebackenen ersten russischen Privatunternehmer und Geschäftsleute lernten ein ganz neues Wort kennen. Najest. Der gezielte Angriff von Schläger-Trupps, um Geld zu erpressen. Beginn der Karriere von Vitali Djomutschka und seinen Freunden. Weißt du, wie ein Najest funktioniert? Der eine macht Druck, der andere... Ja genau, einer ist der Böse, der andere der Gute. Bei uns war es anders. Der eine war böse und der andere schlimmer. Die Tür geht auf und gleich mit dem Schlagring ins Gesicht. Kein Gesicht, das war's. Tod. Andere Situation. Wir kommen in ein Büro, ja? Hier sitzt er, der Schuldner. Er selbstsicher. Und was wollt ihr? Nichts. Dann verpisst euch. Bam! Der erste Schlag. Er schreit, wird aber von uns festgehalten. Bam! Der zweite Schlag. Sein Kopf an die Wand gedrückt und mit der Tischkante angepeilt. Wir nageln dich jetzt fest oder du gibst uns die Kohle. Ihr kriegt das Geld, das reicht. Haut endlich ab. Und ich dachte, du erzählst über die 90er Jahre. Wenn solche wie du reinfliegen und zuschlagen, da braucht man gar keine Nägel. Du kriegst auch so alles. Für 1000 Dollar haben wir noch ganz andere Sachen gemacht. Ich schwöre es. Einer meiner Klienten. Der hatte immer eine Gartenschere und einen abgeschnittenen Finger bei sich. Er hat sie rumgezeigt. Diesen Finger und die Schere. Nach dem Motto, ich werde dir auch gleich den Finger abschneiden, wenn du nicht sofort zahlst. Jeder musste seine eigene Nische finden. Mit zivilisierten Methoden hat er das nichts zu tun. Mein Name wurde in den Justizbehörden mit Bandit assoziiert. Damals gab es noch kein so elegantes Wort wie Mafia. Ende der 80er Jahre ist Atyom Tarasov einer der ersten Privatunternehmer. Und er ist der allererste, der öffentlich zugibt, Millionär zu sein. Viele andere, damals schon Reiche, verheimlichen ihren halblegalen Erfolg lieber. Ich war schon zur Sowjetzeiten unternehmerisch tätig. Da habe ich alle möglichen illegalen Geschäfte gemacht. Ich hatte auch Beziehungen in diese Kreise. Alle waren Betrüger. Legal war ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Wir haben uns überlegt, wie wir Computer einführen könnten und in drei Monaten haben wir um die 100 Millionen Dollar verdient. Beim Geschäftsmann ist es so ähnlich wie eine Kuh zu melken. Das ist meine Kuh, ich melke sie. Im Jargon der Diebe sagte man einfach, mein Geschäftsmann. In den 80er Jahren haben wir nicht Verteidiger und Angreifer gespielt. Wir sind einfach zu den Geschäftsleuten hingekommen und haben sie mit Drohungen oder sogar mit Gewaltanwendung überzeugt zu zahlen. Wir haben einfach gesagt, du wirst zahlen. Und das war's. Alexander Gourov ist damals bei der sowjetischen Polizei. Die Beamten sind mit der rasanten Entwicklung des Verbrechens überfordert. Unter Gorbatschow wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Sowjetunion in einem geheimen Dokument von Formen organisierter Kriminalität gesprochen. Drei Tonnen wiegt das hier alles. Wurde per Flugzeug hergeschafft. Alles Handarbeit. Leg mal was darunter, damit wir uns hinsetzen können. Alles ging in den Wach runter. Alle betätigten in irgendwelchen Genossenschaften. Ich hatte von all dem keine Ahnung. So bin ich in den Urlaub nach Deutschland gefahren und dort geblieben. Als Dr. Kunow nach Deutschland kam, wurde er anfänglich tätig im Bereich des Sportmanagements, hat aber dann relativ nach kurzer Zeit schon begonnen, große Investitionen in verschiedenste Firmen zu unternehmen. Jemand hat der deutschen Polizei Angst gemacht, dass jetzt irgendwelche russischen Banditen kommen und so weiter. Davor hatten sie am meisten Angst. Vor dem Business oder Ähnlichem hatten sie keine Angst. Also haben sie mich ständig abgeholt. Nicht vorgeladen, nein, abgeholt. Wissen Sie, was für ein Lärm fünf Uhr morgens gemacht wurde? Ich wollte schon auf dem Balkon nachsehen. Wird hier jemand abgestochen oder was? Das ganze Haus bebte, während sie mir die Haustür eintraten und schrien Hände hoch. Mit vorgehaltener Maschinenpistole und Taschenlampen. Um Gottes Willen, was für ein Zirkus. Das ganze Haus ist ein Zirkus. Mach das Fenster nicht kaputt, Sascha. Sind die Fenster hier etwa gepanzert? Ringsum, überall. Wie es dir schon sagte, Reiche sind nirgendwo beliebt. Und sehr Reiche noch viel weniger, deswegen. Hier hängen sehr teure Kunstwerke. Aber das Wichtigste sind nicht die Kunstwerke. Das Wichtigste ist, dass hier meine Kinder sind, meine Familie. Könnte ich diese Tür öffnen? Nein. Mit meiner Hand öffnen? Nein, das geht nur mit meiner Hand. Das alles hier ist gepanzert. Fünf Tonnen. So etwas steht hier normalerweise in der Bank. Die Banktüren haben zwei Magnete, wir haben vier. Hast du das Geräusch gehört, ja? Pass auf. Ich fliege nach Osurisk. Die Tickets sind bereits gekauft, ich weiß sogar, welchen Sitzplatz ich habe. Und plötzlich Peng. Ich sitze zu Hause, das Telefon klingelt. Hör zu, du wirst von der Kriminalpolizei gesucht. Du und noch fünf andere Jungs. Da habe ich aber die Arschkarte gezogen, verdammt. Das war am Freitag, den 13. Freitag, den 13. Was wirst du jetzt machen? Also ich habe bereits die richtigen Leute angeschaltet. Dafür muss ich viel Kohle zahlen. In Osurisk. Alles regelt sich wie gehabt. Geld löst alle Probleme, wenn man welches hat. Ja, genau. Ein enger Vertrauter von Vitali Djomoczka ist Edik, sein Stellvertreter in allen Fragen vor Ort in seiner Heimatstadt Osurisk. Ja, ich war mal kurz abwesend. Ständig diese Anrufe und du weißt ja selbst. Man kann nicht alles sagen. Hast du mit einem Anwalt gesprochen? Kann er mich begleiten, wenn ich da bin? Natürlich, natürlich. Ich warte auf dich, ja? Alles klar, ja. Wie viel sagte er? Mir wurde gesagt, ein Tausender pro Tag. Aber du... Tausend. Tausend. Du erwähne nicht meinen Namen. Hör mal, tausend Dollar. Ja. Okay, pass auf dich auf. Wir warten. Okay, bis später. Alles klar, ich umarme dich. Bin schon weg. Er wollte schon los. Und jetzt ist er bei der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Nun überlegen wir, wofür denn? Die Leute kamen ja selbst zu ihm und haben nach Hilfe gesucht. Es gab also wirklich Situationen, wo die Polizei einfach machtlos war, richtig? Der Einzige, der helfen konnte, war Vitali. Selbst heute wendet man sich an Vitali. Die Stadt, in der Vitali-Djomotschka aufgewachsen ist, liegt mitten im Gebiet Primorje, nahe der chinesischen Grenze. Durch Ussurisk führen alle Wirtschafts- und Transportwege der Region. Anfang der 90er Jahre stiegen daher viele junge Männer in das seinerzeit einträglichste Geschäft ein. Schutzgelderpressung. Bis heute bleibt es jedoch auch das gefährlichste Geschäft. Irgendwo hier ist Knut, unser Freund, beerdigt worden. Ich war zur damaligen Zeit nicht in der Stadt. Und jetzt können wir das Grab nicht finden. Echt scheiße. Noch vor zwei Jahren haben die Menschen hier Kartoffeln geerntet, stimmt's? Hier, Serioga Banzai, der war früher Stadthalter bei uns und ist dann Businessman geworden, wie man heute so sagt. Er wurde erschossen. Guck mal, da ist Leonja Bertik. Das hier ist Ames. Er war bei uns Direktor der Spirituosenfabrik. Er wurde ebenso erschossen, da ist sein Grab. Hier ist Ruth, Mikhail Nikolajewitsch, erschossen. Beim Angriff wurden auch viele andere Jungs getötet. Das war erst kürzlich. Was ja, ein guter, sehr angesehener Mensch, erschossen. Ein guter Mensch, der jedem helfen konnte, der was brauchte. Das hier ist Gusev Sergej Ivanovic. War auch ein guter Mensch. Auch erschossen. Na ja, und hier ist nun Bondara Anatuli. Der Bruder von Vitali. Ist auch erschossen worden. Ist eigentlich eine kleine Stadt hier, aber es sieht aus, als wäre es Chicago. Geradeaus, weiter, weiter. Guck mal. Weiterfahren. Na los, fahr. Rechts halten. Hier kannst du wenden. Und parke irgendwo dort um die Ecke. Das Häftlingslager in der Nähe von Osurisk wird streng bewacht. Bewaffnete Soldaten sollen sofort scharf schießen, wenn ein- oder ausgebrochen wird. Für Edik und seine Freunde kein Problem. Kriminelle Bosse verfügen über viel Macht innerhalb der Gefängnisse. Die Lagerverwaltung macht ihnen besondere Zugeständnisse. Sie können sich überall frei bewegen. Jede Herde braucht einen Hirten. Sonst entsteht Chaos. In jedem Lager gibt es eine Aufsichtsperson von uns, weil man die Menschen lenken muss. Der Staat kann die Lager nicht ernähren. Also wendet sich die Gefängnisverwaltung ständig an uns. Und wir bringen dann Lebensmittel, um zu helfen. Jede kriminelle Gruppierung hat ihren eigenen Abschak. Eine Kasse für gegenseitige Hilfe. Mit dem Geld aus diesen Kassen werden die Häftlinge in den Lagern und Gefängnissen materiell unterstützt. Ein weiterer Teil des Geldes wird benutzt, um die Wachen, Richter und andere Beamte zu bestechen. Die gemeinsamen Kassen wurden durch Geldabgaben aus Diebstählenbereichen Geschäftsleuten und anderen kriminellen Aktivitäten gefüllt. Bald sind die geheimen Kassen der Verbrechergruppen gut gefüllt, dank großer Gewinner aus der Schutzgelderpressung. Die kriminelle Welt in der untergehenden Sowjetunion realisiert schnell, dass diese Gelder neu investiert werden sollten, um noch mehr Gewinne zu erreichen. Passend dazu wird in Russland ein Gesetz über das neue Bankensystem erlassen. Die ersten russischen Banken beginnen nur mit einem Computer, einem Tisch und einem Stuhl. Dafür übersteigt ihre Anzahl alle vernünftigen Grenzen. Zu Beginn der 90er Jahre gibt es mehr als 3000 von ihnen. Ich war damals einer der ersten, der in der Sowjetunion eine Bank gegründet hat, aber ich wollte, dass mein Name dabei nicht genannt wird. Immerhin gab es damit Assoziationen nach dem Motto, ich würde dort als Krüscher, als Dach auftreten. Es gab keine einzige Bank ohne kriminelles Geld, ohne kriminellen Einfluss. Manche Vizepräsidenten waren kriminelle Autoritäten, rechtmäßig Verurteilte. Ein weiteres Wort aus der kriminellen Sprache wird im neuen Russland immer wichtiger. Krüscher, wörtlich das Dach. Der Schutz eines Unternehmens durch Kriminelle vor anderen kriminellen Banden. Und die Geschäftsleute müssen dafür zahlen. Ein Dach schützt in jenen Jahren vor der Willkür der Behörden, ist ein gewichtiges Argument in Verhandlungen mit Konkurrenten und hilft ausstehende Kredite, wenn nötig, gewaltsam wieder einzukassieren. Keiner will zahlen. An das Geld muss man trotzdem ran. Aber wie? Wir nahmen einen Penner, gaben ihm zu essen, frisierten, wuschen ihn, kleideten ihn in einen Anzug und brachten ihn zu den Schuldnern. Wir sagten ihm, du sollst einfach nur immer verneindet mit dem Kopf wackeln. Er meinte, gut, alles klar. Und wir fragten, wirst du zahlen? Nein. Wirst du zahlen? Nein. Okay, paff. Schon rollte der Kopf. Alle sind wie versteinert. Wer nicht zahlen will, dem wird es genauso ergehen. Und die Leute haben gezahlt. Du, pass auf, verplapper dich nicht! Es haben sich nur diejenigen geweigert, die noch nicht wussten, dass man zahlen muss. Dass es so brauche ist. Sie wurden dementsprechend bearbeitet. Wir machten ihnen zusätzliche Probleme. Manchmal wurde auch ein Brand gelegt. Wir hatten auch solche Episoden, als man vor unsere Bank Leichen ankarte, sie vor dem Gebäude liegen ließ und uns auf diese Art und Weise bahnte. Die Geschäftswelt hat sich mit ihnen geeinigt. Und wer sich nicht geeinigt hat, der ist nicht mehr am Leben. Je stärker und einflussreicher der Schutz durch eine kriminelle Gruppe ist, desto größer die Überlebenschancen des jeweiligen Unternehmers. Denn es ist eine Zeit der Gesetzlosigkeit im neuen Russland und die Staatsmacht erweist sich als schwach. Alles Wichtige wird durch Leute mit Autorität entschieden. Man ist zu respektablen Leuten gegangen, zu den Autoritäten und fragte, helfen Sie uns das zu regeln. Sie setzten sich zusammen und klärten alles. Wenn man sich einig war, hat das Wort ausgereicht. Handschlag und das war's. Man brauchte keine tausend Unterschriften. Man hat auf der Basis des Ehrenwortes gearbeitet. Und heute wird das noch so gemacht, wenn man sich gegenseitig kennt. Die Menschen kommen auch mit Geschäftsfragen zu Ihnen. Auch mit Geschäftsfragen kommen sie. Ich helfe, warum denn auch nicht? Wenn die Leute der Meinung sind, dass mein Rat der richtige ist. Warte, 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 komm her, das ist doch meine Güte, das, verdammt, das ganz selten, legt das bitte ins Auto. Das und das auch. Eine Autorität, das ist ein korrekter Mensch. Man glaubt ihm, man vertraut ihm und er hat ein Gewissen. Das, was gesagt wird, wird getan. Das lukrative Geschäft mit dem Schutz für Banken, Firmen oder gar Casinos wird zunehmend aufgeteilt. Zwischen Verbrechern und korrupten Polizisten, deren normales Gehalt häufig nicht zum Leben ausreicht. Manche Geschäftsleute waren damals unter dem Dach der Polizei. An den einen haben wir verdient, an den anderen die Polizei. Sie sagten es uns auch ganz offen. Das sind unsere Leute, lasst sie in Ruhe. Und wir werden euch in bestimmten Fällen, wenn ihr es nicht übertreibt, auch in Ruhe lassen. Ein Teil der Polizei beschützte gegen Geld das Bankensystem. Als das immer lukrativer wurde, begannen da richtige Erpressungen. Sollte jemand angeklagt werden, passierte das, musste jemand getötet werden ebenso. Beide Schutzgruppierungen versuchen sich nicht in die Quere zu kommen. Manchmal aber muss die Konkurrenz aus dem Weg geräumt werden. Einmal kam ein Polizeiwagen vorgefahren. Ich wurde mitgenommen, Handschellen dran und ins Auto. Wir fuhren in den Wald. Dort sollte ich umgebracht werden. Das haben die mir schon im Auto gesagt. Eine Kugel im Lauf und die Pistole am Hinterkopf. Ich in Handschellen. Da habe ich ins Lenkrad gegriffen. Wir sind mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Naja, die sind ums Leben gekommen. Hätten Sie an meiner Stelle eine andere Möglichkeit gesehen zu überleben? Ich nicht. Anfang der 90er Jahre beginnt in Russland die große Privatisierung der Staatsbetriebe. Milliardenschwere Fabriken, Öl- und Gaskombinate werden zu Billigstpreisen verkauft. Im Kampf um die Aufteilung dieser Besitztümer schalten sich hunderte krimineller Banden ein. Bald kontrollieren diese über 4000 Betriebe. Schon damals arbeiteten junge Geschäftsleute und die Diebe im Gesetz zusammen. Bestimmte Betriebe standen komplett unter ständiger Kontrolle der Diebe. Für das tägliche Geschäft engagierten sie wiederum richtige Manager. Das Ding hier ist aus Blei. Die hatten ja früher keine Kühlschränke. Also legten sie das Eis da rein und das Blei hat es gehalten. Dieses Kühlschränkchen hier ist 300 Jahre alt. Menschen, die in Russland ernsthafte Geschäfte treiben, machen das immer am Rande des Abgrunds. Plötzlich sehen sie, auf ihrem Territorium hat sich ein Bankier niedergelassen oder ein Ölunternehmen, was auch immer. Natürlich wollen sie daran teilhaben. Damals herrschte ja Vogelfreiheit. Kämpf und nimm es dir. Es ist umsonst. Du musst nur jemanden umbringen. Erst bringst du den Direktor um, dann kriegen die anderen Angst und verkaufen dir ihre Anteile für nichts. Die Händler und Geschäftemacher der Perestroika-Zeit entwickeln sich in wenigen Jahren zu Oligarchen, die ganze Industriezweige besitzen. Um ein richtiger Oligarch zu werden, braucht man beste Kontakte zu den Spitzen des Staates. Aber auch diese Verbindungen helfen nicht, das Dach, also den Schutz durch eine Verbrecherbande zu vermeiden. Sie haben mir die Frage nach den Oligarchen gestellt. Hier kommt die Antwort. Jeder Oligarch muss zahlen. Ohne Dach ist er eine Null. Damit einer zu dem werden kann, was er heute ist, braucht er ein Dach, den notwendigen Schutz. Ich bin natürlich nicht der größte Löwe in der Wüste des Lebens, aber ich bin ein Löwe. Der Löwe muss niemandem zahlen. Hast du das jetzt endlich kapiert? Ich habe mein Geschäft, ich habe es selbst aufgebaut, ich habe es niemandem abgegeben und ich rate niemandem, es mir wegzunehmen. Auch im fernen Osten Russlands finden die organisierten Kriminellen schnell ihre besondere Nische. Das ganze Business zwischen dem Ausland und Russland war mit Kriminalität verbunden. Alle Einfuhren von Autos über Fisch und andere Waren kontrollierten die einheimischen Autoritäten. Ich konnte nicht anders, als mir auch ein Stück von diesem Kuchen zu nehmen. Die Gruppe um Vitali Djomotschka fordert unter Gewaltandrohung einen Wegezoll auf alle importierten Autos, die Usurisk passieren müssen, um weiter in den russischen Westen zu gelangen. Wer nicht zahlen will, wird hart bestraft. Ich habe damals das russische Lotto gestartet. Stellen Sie sich das mal vor, das ist Bargeld. Jede Woche 15 Millionen Dollar. Als Partner habe ich mir die tschetschenische Diaspora genommen, weil die Banditen Angst davor hatten, sich mit ihnen anzulegen. Vom Standpunkt der Diebe im Gesetz zum Beispiel haben sich die Tschetschenen nicht korrekt verhalten. Die Diebe und die ganzen anderen russischen kriminellen Elemente haben ja immer diese Treffen veranstaltet. Schrotki, auf denen beraten wurde, wer Recht hat und wer nicht, wer welche Ansprüche erhebt, wer was wem versprochen hat und so weiter. Die Tschetschenen aber kamen auf diese Treffen und fingen sofort an zu schießen. Die Schotka, die Versammlung der führenden Autoritäten und Diebe. Nur ganz selten, wie hier im Sommer 2008 bei Moskau, gelingt es der Polizei, solche Treffen zu sprengen. Ort und Zeit werden von der kriminellen Gemeinschaft wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Während einer Schotka werden Einflussgebiete neu abgesteckt, Konflikte besprochen. Hier getroffene Entscheidungen müssen unbedingt befolgt und umgesetzt werden. Für so eine Versammlung habe ich im Gefängnis gesessen. Ein Mann hat mich mit einem unannehmbaren Wort in unseren Kreisen beleidigt. Für das musste ich ihn gleich erschießen. Und was, wenn Sie das nicht so ernst genommen hätten? Dann hätte ich meine Autorität verloren. Und wäre schon nicht mehr der, der ich jetzt bin. Und heute? Schon wieder so eine schwierige Frage. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mich jetzt jemand so nennen würde. Würde ich ihn heute umbringen? Früher bestimmt. Damals, als die Leute großes Geld verdient haben, lohnt es sich, auch für dieses Geld jemanden umzubringen. Und einige wurden umgebracht. Der Dieb im Gesetz lebt und handelt nach den Gesetzen der Kriminellen. Der willkürliche Mensch dagegen lebt ohne jegliche Gesetze. Für den Willkürlichen ist es ganz egal, wen er plündert, wen er schlägt und wen er tötet. Das war unsere Konkurrenz. Und die Konkurrenz war groß. Also mussten wir eliminieren. Und so beginnt der Krieg in Russlands krimineller Welt. In den 90er Jahren suchen über 600 Verbrechergruppen und über 4300 Banden ihren Platz unter der Sonne. Doch der reicht dort schon nicht mehr aus. Auf den Straßen der russischen Städte wird nun mit Maschinenpistolen geschossen und mit Bomben-Explosionen geantwortet. In wenigen Jahren dieses Krieges sterben tausende krimineller Autoritäten, Diebe im Gesetz und reiche Geschäftsleute. Die Verluste beim Fußvolk der Banden werden erst gar nicht gezählt. Damals gab es auf den Straßen Russlands Krieg. Richtiger Bürgerkrieg. Die gewaltsame Aneignung von staatlichen Unternehmen, von Kombinaten. Die Neuverteilung des Eigentums. Das war wie im Krieg. Damals existierte ein legendärer Nachtclub namens Harlekin. Zwei oder drei Besitzer des Klubs wurden erschossen. Und in diesem Club haben sich die Banditen der verschiedenen kriminellen Gruppen aus Moskau getroffen, die unter sich einen sehr blutigen Krieg führten. Im Club dagegen herrschte Waffenstillstand. Da wurde gefeiert. Morgens aber ging der Kampf weiter. Hauptsache die Frage wurde gelöst, erschießen oder in die Luft sprengen. Die Leute haben versucht, alles, was möglich war, zu privatisieren. Ein bestimmter Mensch kaufte Aktien fast umsonst ein. Keiner konnte ihm den Kauf abschlagen, sonst wäre er auf dem Friedhof gelandet. Dieser Mensch brachte persönlich mehr als 200 Menschen um. Ich wollte ihn auch umbringen. Naja, es hat was mit meiner Frau und dem Kind zu tun. Er hat das Auto, in dem meine Familie saß, vermint. Er wusste, wenn ihm dies gelingt, würde er mich völlig demoralisieren. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Killer gebraucht. Eines Tages habe ich ihn beobachtet. Er verbrachte fast jeden Abend in einem Stammrestaurant. Es war Winter. Ich lag auf einem Dach mehr als 12 bis 14 Stunden lang. Es war kalt, sehr kalt sogar, dabei bin ich fast erfroren. Nun sehe ich über mein Zielfernrohr, wie er das Restaurant verlässt. Da die Polizei ebenso großes Interesse an ihm hatte, wurde er gleiche, als er rauskam, überwältigt, festgenommen und durch den Hintereingang weggebracht. Und ich war dabei machtlos. Zum allerersten Mal habe ich geweint, weil ich nicht schießen konnte, ihn nicht töten konnte. Russland ist angeblich ein Teil von Europa. Aber Russland ist brutaler und grausamer. Wenn ein Europäer seine Nische im Leben gefunden hat und pro Jahr 10% Zinsen auf sein Geld bekommt, dann ist er glücklich und zufrieden. Er schätzt das, was er hat. Russland ist in dieser Beziehung ganz anders. Als ich aus dem Gefängnis freikam, wurde überall getötet. Weit und breit, vor meinen eigenen Augen. Zwei Tage nach meiner Freilassung wurde mein Lehrer, er war auch dieb im Gesetz und einige Freunde umgebracht. Mich versuchten sie natürlich auch zu töten. Aber ich konnte darauf antworten. Sie haben mich nach meinem Beruf als Anwalt der Mafia gefragt. Ich hatte einige Klienten, kriminelle Autoritäten. Zwölf davon habe ich geholfen, aus dem Knast rauszukommen. Alle zwölf sind später ums Leben gekommen. Die kriminellen Autoritäten und Diebe im Gesetz werden auf den angesehensten Friedhöfen begraben. Nicht nur ihre kriminellen Kollegen begleiten sie auf ihrem letzten Weg. Auch Politiker, Schlagerstars und wichtige Unternehmer erweisen ihnen die letzte Ehre. Für mich Wodka. Und was willst du? Für mich Saft. Er trinkt aus Prinzip keinen Alkohol. Jeder Mensch soll seine Prinzipien haben. Ich habe dieses. Einer von uns muss nüchtern bleiben, um alle anderen kontrollieren zu können, wenn etwas passiert. Mögen Sie im Frieden wohnen. Hier in Moskau werden die meisten Toten in den naheliegenden Wäldern vergraben. In Usurisk gibt es das Meer. Da ist es ja viel einfacher, ohne große Anstrengung einen Toten zu verstecken. In Chicago in den 30er Jahren hat die Mafia den Leuten schwere Gewichte an die Beine gebunden und fort damit. In Chicago wurden die Leute noch lebend ins Meer geworfen. Bei uns nur die Leichen. Wir sind einfach humaner. Während des blutigen Krieges in der kriminellen Welt Russlands denken viele über einen sicheren Zufluchtsort nach, wo man besser und angenehmer überleben kann. Das Angebot an Russen jüdischer Abstammung zur Einbürgerung in Israel ist für viele die Lösung. Ich habe schnell begriffen, dass das Leben mit einem russischen Pass für mich schwer wird, da ich mein Visum immer wieder verlängern musste. Ich hatte eine Geliebte. Wir sind nach Israel gefahren, dort haben wir geheiratet und in Israel habe ich einen neuen Pass erhalten. Warum ich nach Israel gekommen bin? Weil es die Möglichkeit bot, sich frei zu bewegen. Ich mag es nicht, eingesperrt zu sein, ohne Visum damals. Diese Möglichkeit kam und ich habe wirklich schnell einen neuen Pass erhalten. Aber ich bitte dich, verdammt, ich bitte dich. Weißt du das nicht? Braucht man dazu so viel Verstand, nimm dir eine Jüdin und heirate sie und nach einem Jahr kriegst du einen Pass. Was klotzt du so blöd? 1997 wird in Israel ein hoher Beamter des Innenministeriums verhaftet. Mit seiner Hilfe hatten über 400 hochrangige Kriminelle und Diebe im Gesetz aus Russland einen israelischen Pass erhalten. Die Polizei nannte diese Operation russischer Roman. Geleitet wurde sie vom Polizeigeneral Moshe Misrachi. Da haben wir erst mal lernen müssen, wie eine russische Verbrechergruppierung aufgebaut ist und funktioniert. Die Hierarchie, den Obschak, die gemeinsame Kasse, die Diebe im Gesetz. Wir haben das alles sehr in der Praxis lernen müssen. Für die war es hier vorteilhaft. Du bekamst damals einen israelischen Pass sehr einfach. Israelis werden außerdem nicht ausgeliefert. Und es gab hier noch keine geeigneten Gesetze gegen Geldwäsche zum Beispiel oder gegen organisiertes Verbrechen und so weiter. Auch die Schotki, die Versammlungen der kriminellen Spitzengangster, werden zum Teil in Israel abgehalten. Meist unter der Tarnung von Jubiläumsfeiern, Familienfesten oder Hochzeiten. Auf den Fotos immer mit dabei Leonid Bilunov. Ich kenne das alles. Ich war auch dort. Keine Angst. Niemand sieht mich und niemand hat mich gesehen und niemand wird mich sehen. Der Name Bilunov ist uns geläufig. Allerdings gibt es bei Europol keine weiterführenden Informationen zu den Aktivitäten dieser Person. Ich habe ein halbes Jahr in Israel gelebt. Dann wurde mir aber klar, dieser Ort ist nichts für mich. Meine Frau ist gestorben, wir haben sie beerdigt und ich bin nach Paris gezogen. Insofern war diese Einbürgerungsaufforderung aus Israel leider auch mit dem Negativen behaftet, dass die russische OK das genutzt hat, um ebenfalls einen israelischen Pass zu bekommen. Mit dem Ziel, dass eine Einreise in die EU mittels eines israelischen Passes wesentlich einfacher vonstatten geht als mit einem russischen Pass. Was haben Sie in Frankreich gemacht? Ich habe versucht, mich zu erholen. Acht Jahre lang? Ja, was ist schon dabei? Muss ich unbedingt etwas tun? Muss ich nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin spazieren gegangen, habe auf meine Gesundheit geachtet und mit den hübschen Mädchen geflirtet. Leonid Bilunov ist einer der ersten, die nach Westeuropa übersiedeln. Zunächst lebt er in Österreich. Nach einem Attentat auf ihn drängen ihn, die österreichischen Behörden das Land zu verlassen. Er geht nach Paris. Dort wird Bilunov Mitte der 90er Jahre vorgeworfen, einen Anschlag auf den russischen Präsidenten Yeltsin während seines Frankreich-Besuches vorzubereiten. Wahrscheinlich eine Intrige von russischen Konkurrenten, um Bilunov auszuschalten. Das war mein Ex-Geschäftspartner, ein willensstarker und einflussreicher Mann in Russland. Er hatte sehr gute Verbindungen zu Yeltsin. Bei der Durchsuchung meines Hauses sind Waffen und viele Reisepässe gefunden worden, mit denen ich durch ganz Europa reisen konnte. Zu dem Zeitpunkt war ich jedoch in Tel Aviv in Israel. Damit stand ich vor einem Dilemma. Wenn ich mich den französischen Behörden nicht stelle, bestätige ich die Anschuldigungen. Andererseits, wenn ich nach Frankreich komme, kann ich auch lebenslang bekommen. Aber natürlich bin ich dann zurückgekommen, da ich ja in allem unschuldig war. Und im Prozess wurde ich zur Bewährung verurteilt. Das Wichtigste ist, dass ich ja tatsächlich zu Yeltsin eine Verbindung habe. So ein Buch besitzt nicht jeder Premierminister. Dieses Exemplar gehört persönlich Bilunov Leonid Fyodorovic. Die Nummer des Buches ist 245. Unterschrieben persönlich von Yeltsin. Was meinen Sie, habe ich mich nun an ihm vergriffen oder nicht? Das werde ich nie verstehen können. Vielleicht wollte ich ihn ja deswegen umbringen, weil er mir nur dieses Buch geschenkt hat und nicht mehr. Auch bei Alemjan Tochter Hunov verläuft der jahrelange Aufenthalt in Paris der 90er Jahre nicht reibungslos. Ich konnte in Frankreich kein Bankkonto eröffnen. Wie kann man denn ohne Konto leben? Fragen Sie die Franzosen, diese Kinderschänder. Fragen Sie die, wie man acht Jahre ohne Konto leben kann. Wie haben Sie denn gelebt? Ich habe gelebt. Immer mit Bargeld bezahlt. Das Bargeld hat man mir aus Moskau gebracht. Dann wurde ich hinausgeworfen. Die mit mir verbunden waren, sie wurden Mafia genannt. Die Franzosen haben mich 15 Jahre lang abgehört und beschattet. Ich stand hier unter polizeilicher Verfügung wegen der Untersuchung dieses Falls mit dem Attentat auf Yeltsin. Ich musste mich regelmäßig bei der Polizei melden und dort haben sich ein paar junge Leute an mich gewandt. Sie haben gefragt, wir wissen welchen Einfluss sie haben. Könnten sie uns vielleicht helfen? Vier Franzosen werden in Tschetschenien als Geiseln festgehalten. Jacques Chirac hat Yeltsin persönlich um Hilfe gebeten, ergebnislos. Yeltsin konnte das Problem nicht lösen. Ich kannte dort jemanden, einen Tschetschenen. Er wurde dort sehr respektiert. Er hat mal mit mir im Gefängnis gesessen. Und damals gab es eine Situation, wo ich ihm das Leben gerettet habe. Und so hat er zwei Wochen später für mich diese Franzosen gefunden, lebendig. Und wir haben sie hier in Frankreich empfangen können. Diese Geiselbefreiung war eine der geheimnisvollsten der letzten Monate. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Mich hätte man an erster Stelle gebeten, dieses Land zu verlassen, vorsichtig ausgedrückt. Wenn es nicht diesen Tschetschenien-Krieg gegeben hätte. Ich stand für Mafia, galt als der Schlimmste, der Größte Bandit, als Kannibale. Ich habe vorgeschlagen, eine Eishockey-Mannschaft in Frankreich zu gründen. Dafür hätte ich mein eigenes Geld investiert. Wir gründen eine Mannschaft, ich gebe Geld und in zwei Jahren gewinnen wir den Europapokal. Dann wurde ich gefragt, was für mich dabei herausspringen soll. Ich habe gesagt, ich brauche nur eine Aufenthaltsgenehmigung für dieses Land, mehr nicht. Ich bekam jedoch eine Absage. Ich habe acht Jahre dafür gekämpft, acht Jahre. Mindestens einmal pro Jahr wurde ich aus dem Land rausgeschmissen. Ich kam aber immer wieder. In diesem Kampf habe ich in Paris 10 bis 15 Anwälte beschäftigt. Einen für die Presse, einen für die Immigration, einen für die Steuerfragen, einen fürs Strafrecht. Ende der 90er Jahre. Langsam hört der offene Krieg um die große Umverteilung zwischen den verfeindeten kriminellen Gruppen auf. Diejenigen, die überlebt haben, wollen nun ganz legal in die Wirtschaft einsteigen und dort große Geschäfte machen. Ende der 90er haben wir verstanden, dass wir alle Fragen in Frieden entscheiden müssen und uns von der Kriminalität lösen müssen. Mit dem Alter werden die Leute etwas ruhiger. Und sie wollen den Rest des Lebens genießen, statt sich ununterbrochen in Gefahr zu begeben. Viele haben wir gebissen, bis es niemanden mehr zum Beißen gab. Ein echter Albtraum. Die legalen Geschäfte sind nicht so gefährlich und bringen mehr Geld. Bei unseren ersten Schritten in Richtung Legalisierung haben wir einen bewachten Parkplatz eröffnet. Aber am Anfang haben nur wenige Leute dort ihren Wagen geparkt. Wir haben deshalb bei vielen Autos die Scheiben angeschlagen, damit sie ihren Wagen auf unserem Parkplatz abstellten. Da haben sie ein einfaches Beispiel für die Vermischung von kriminellem und legalem Geschäft. Der Schutz durch ein Dach als Geschäftszweig war unproduktiv geworden. Alles wurde auf die andere Seite transformiert. Diejenigen, die mit dem Schutz ihr Geld verdient hatten, legten es nun in der legalen Wirtschaft an. Sie kümmerten sich um Fragen, die die normale Geschäftswelt nicht lösen konnte. Sie transformierten sich selbst und wurden zu gleichberechtigten Partnern in der Wirtschaftswelt. Das ist mein Businessman. Er war in Kiew, um unser Business zu kontrollieren. Und was für ein Business haben Sie dort? Bauunternehmen. Was bauen Sie? Was bauen wir, Marek? Wohnhäuser, Bürogebäude, Handeln mit Grundstücken. Wie läuft denn unser Baugeschäft? Du bist doch schon besoffen, hast dem Flieger zu tief in die Flasche geschaut, hä? Ich sehe es an deinen Augen. Wenn in den 90er Jahren die Banditen sich mehr gegenseitig umgebracht haben, so töteten sie ab der Jahrtausendwende mehr die Geschäftsleute. Denn die Banditen waren ja selbst Geschäftsleute geworden und besetzten die Nischen, die schon lange zu den Geschäftsleuten gehört hatten. Lisa, Schätzchen, du sollst mich einfach anrufen und sagen, Papa, ich möchte gerne gefahren werden. Lisa, von den öffentlichen Verkehrsmitteln sollst du dich fernhalten, wegen der Grippe. 2001 lebt Leonid Bilunov weiterhin in Paris. In Russland dagegen wird er verdächtigt, ein Attentat auf einen wichtigen Gouverneur organisiert zu haben, gemeinsam mit einem russischen Oligarchen aus der Aluminiumindustrie. Es ging darum, dass ich im Krieg war. Der Aluminiumkonzern, in dem ich meine Nische gefunden hatte, begab es sehr große Dividenden. Und der Konzern wollte mich irgendwie loswerden. Es wurden mir Dinge vorgeworfen, die ich selbstverständlich nicht begangen habe. Und sie versuchten, mich nach Russland ausliefern zu lassen. Ich musste mich also schleunigst legalisieren. Es war schon so weit gekommen, wo das Ganze für mich nur noch mit einem enden konnte. Mit dem Tod. Andererseits, wenn ich in den Knast gekommen wäre, wäre ich dort der Boss geworden. Und das wollten sie auch nicht. Ich zog nach Italien, da habe ich ein russisches Mädchen kennengelernt. Wir haben geheiratet, etwas später bekam ich die Aufenthaltsgenehmigung. Bei einem Telefonat mit Moskauer Freunden kam dann raus, dass ich verdächtigt werde, die Olympischen Spiele bestochen zu haben. 2002. Winter-Olympiade in Salt Lake City. Die amerikanische Staatsanwaltschaft beschuldigt, Alimjan Tohtachunov Schiedsrichter bestochen zu haben, bei der Medaillenvergabe im Eiskunstlauf. Ermittlungsgrundlage sind abgehörte Telefongespräche in Italien. Die USA lassen Tohtachunov durch die italienische Polizei verhaften und fordern seine Auslieferung. Ich habe am Tisch gesessen, wollte nur Kaffee trinken. Es war am Morgen. Da kamen mehr als 15 Leute über den Zaun zu mir gesprungen. Und die haben dann angefangen, mir irgendwelchen Unsinn zu erzählen. Also wie kann man denn olympische Medaillen kaufen? Was für ein Quatsch! Und warum bin ich der Einzige in diesem ganzen Spiel, der zur Verantwortung gezogen wird? Doch nach monatelangen Verhandlungen weist das höchste Gericht Italiens den Auslieferungsantrag der USA mangels ausreichender Beweise ab. Nach fast einem Jahr Untersuchungshaft in italienischen Gefängnissen wird Tohtachunov freigelassen und kehrt bald nach Moskau zurück. Der Interpol-Haftbefehl, ausgestellt von den USA, bleibt jedoch weiter weltweit in Kraft. Die Versuche der russischen Regierung, Leonid Bilonow aus Frankreich ausliefern zu lassen, bleiben ebenfalls erfolglos. Eine Beteiligung am Attentat auf einen russischen Gouverneur kann ihm nicht nachgewiesen werden. Bilonow lebt weiterhin in Frankreich, wo er auch als großzügiger Mäzen auftritt. Etwa hier bei der Renovierung der russischen Kirche in Cannes. Der liebe Herr Bilonow hatte sich entschieden, auch kirchlich zu heiraten. Und dann sagte er zu mir, warum ist die Kirche bei euch in so einem schlechten Zustand? Na, ganz einfach, weil es kein Geld für die Reparatur gibt. Ich habe nach der Kontonummer gefragt und ca. 600.000 Dollar auf dieses Konto überwiesen. Nachdem das Geld auf dem Konto angekommen ist, wurde eine Durchsuchung veranstaltet. So eine wilde Durchsuchung. Eine wilde, brutale, barbarische Durchsuchung und sie wurden sogar von der Polizei mitgenommen. In Frankreich darf man Geld unbekannter Herkunft nicht annehmen. Aber entschuldigen Sie, im Evangelium steht, die rechte Hand wusste nichts von dem Guten, das die linke Hand getan hatte. Ab heute werden wir die schlechten Erfahrungen hinter uns lassen. Das Gerichtsverfahren ist gewonnen. Gott ist auf unserer Seite. Mit Stolz können wir behaupten, das ist eine russische Kirche. Mit Gottes Hilfe werden wir viel schaffen. Die Kuppeln werden aus purem Gold gegossen. Mit Gottes Hilfe, ich umarme euch und danke euch. Von der Kirche in Cannes hat Putin erfahren. Er gab den Befehl, dass ich alle notwendigen Papiere aus Russland bekomme. Sie verstehen dort einfach, dass ich das aufrichtig meine. 2003 kommt Vitaly Djomotschka zum wiederholten Mal aus dem Gefängnis frei. Er beschließt mit eigenem Geld eine Serie für das Lokalfernsehen in Russlands fernem Osten zu produzieren. Inhalt, seine autobiografischen Erlebnisse in den 90er Jahren. Djomotschka selbst spielt die Hauptrolle. Und viele aus seiner kriminellen Umgebung sind ebenso vertreten. Ich hatte nie Träume. Ich hatte Ziele. Diese habe ich Schritt für Schritt verfolgt und erreicht. Ein großes Ziel war es, einen Film zu drehen. Die Prügelszenen sind nicht nachgemacht. Einige Schuldner von mir konnten nicht ihre Pflicht erfüllen. So schlug ich ihnen vor, in den Kampfszenen mitzumachen. Dann sind wir quitt. Im Sommer ist Leonid Belunov häufig im Tennisclub des Hotels Eden Rock anzutreffen. Ein Lieblingsort russischer Oligarchen, Minister, Beamter und Top-Sportler. Oh, komm Sie rein, wir warten auf Sie. Das ist Pavel Bure, Pasha. Er ist Multimillionär, der Pandit. Siehst du der mit der Mütze? Aber er hilft Russland. Geh weg von hier mit deiner Zigarre. Schau, niemand raucht hier. Der reichste Mensch in Russland. Wer gilt mehr als Bandit? Der, der hunderttausende Menschen ohne das Geld lässt? Oder der, der in den Geldbeutel hineinkriecht? Kein Beamter, kein Habgieriger macht das, was ich mache. Niemand in Russland macht so viel. Damit sie verstehen, was das ist. Diebe im Gesetz. Eines der größten Probleme Russlands ist die Korruption. Sie ist längst Normalität. Alles ist miteinander vermischt. Geschäft, Politik, Kriminalität. Die Mafia in Russland ist eine Gruppierung von Beamten. Naja, auch die werden heute getötet. Es gibt ein Objekt. Der Beamte bekommt als Schmiergeld für dieses Objekt 15 bis 20 Millionen. Seine Aufgabe, dieses Objekt privatisieren. Ein, zwei Monate, ein Jahr sind vorbei. Sie sagen ihm, Sergej, Sergejevich, sie haben uns das versprochen. Er, ja und was, es klappt bei mir nicht. Dann geben sie das Geld zurück. Ich hab das Geld nicht mehr. Was machen denn wohl die Leute, die das Geld gegeben haben? Sag ihm, er soll aufhören. Wo ist die Wache, verdammt? Niemand ist da. Er soll aufhören. Wir müssen nicht nach Westen, nach Amerika schauen, um es so zu machen, wie sie es tun. Wir machen es so, wie es zu uns und unserer Mentalität passt. Bei einigen Ländern passt die Demokratie bei uns nicht. Für unsere Gesellschaft braucht man eine starke Autorität. Bei uns ist alles gut, wenn ein Zar lange an der Macht ist. In Russland gibt es heute allenfalls eine Art gelenkte Demokratie. Die Frage ist nur, wer neben Präsident und Regierung noch alles am Steuer sitzt. Einer unserer Leute war weit oben an der Macht. Das ist immer wichtig. Sergej, er ist Parlamentsabgeordneter. Ich kann mit seinem Auto fahren und niemand hält mich an, weil er Immunität genießt. Das ist nur ein kleines Beispiel. Helfen kann so jemand noch viel mehr. Entschuldigen Sie mich. Ja, ja. Wird er an den Wahlen teilnehmen? Hat er seine Kandidatur vorgebracht? Valera, Valera, hör mir zu. Ich rufe dich später an. Ich kann gerade meine Meinung nicht sagen. Ich kontrolliere das. Alles. Ich umarme dich. Russische Gesetze wurden unter der strengen Kontrolle von mafiösen Strukturen verfasst. Einige Mafialeute wurden an die Macht gebracht und hatten freie Hand bei wichtigen Entscheidungen in Wirtschaft, Politik und anderswo. Kann ein Dieb im Gesetz Bürgermeister werden? Wenn ihn das Volk wählt, dann ja. Kann man bei euch denn mit drei Vorstrafen Abgeordnete werden? Nein? Und Politiker? Und wenigstens Bürgermeister? Auch Bürgermeister darf er nicht werden? Wo lebt ihr bloß? Kann man hier die Seitenscheiben tönen? Ich weiß nur, dass man hier keine gepanzerten Scheiben haben darf. Ist es denn heute eine ruhige Zeit? Wir werden hoffen, aber man muss immer auf alles gefasst sein. Die French Open in Paris. Leonid Bilonov ist ein großer Tennis-Fan. Er besucht regelmäßig viele Turniere. Und er ist mit vielen Tennisspielern befreundet. Darunter auch Nikolai Davidenko, derzeit Nummer 8 der Weltrangliste. Früher war Nikolai Balljunge in einem deutschen Klub. Heute ist er unter dem Top Ten in der Welt. Ich kenne viele, nicht nur Leonid. Ich kenne viele in Moskau, auch die, die mit der kriminellen Welt zu tun haben. Aber es gibt keine kriminelle Welt mehr. Sie sind alle Geschäftsleute. Sie haben viel Geld, ihr Geschäft. Sie sponsern auch die Turniere in Moskau. Hat die internationale Presse sie niemals über ihre Bekanntschaft mit ihm gefragt? Beim Davis Cup wurden Fragen zu anderen Leuten und kriminellen Autoritäten in Moskau gestellt. Wenn es nicht geheim ist, über wen? Sein Spitzname ist Haiwanczyk. Ich glaube, alle kennen ihn. Ich denke, Sie nennen ihn Alimjan. Ja, ja, natürlich. Ich sage immer nur Sie. Nur bei Leonid bin ich schon beim Du. Sie sind nach Russland zurückgekehrt. Sind Sie zweimal, dreimal reicher geworden? Ich bin reicher geworden. Hundertmal. Aber ich sage Ihnen nicht, wie viel Geld ich habe und wie reich ich bin. Wenn ich alle Geschäfte zusammenrechne, an denen ich teilhabe, dann wird es sehr viel Geld sein. Für Leonid Belunov ist die Einreise in viele Länder nicht mehr möglich. Zu groß ist für ihn das Risiko, dort verhaftet zu werden. Daher steuert er seine geschäftlichen Aktivitäten vor allem von Frankreich aus. Ich habe alles in Russland und hier habe ich Internet und Telefon. Es reicht, um das Geschäft dort zu kontrollieren. Wenn Sie beispielsweise als westliches Unternehmen in den russischen Markt reinkommen wollen und Sie brauchen Infos über die Situation in dieser oder jener Region, dann schicke ich meine Juristen und Auditoren hin und bekomme vom Auftraggeber im Westen dafür drei bis sieben Prozent. Vitali Djomotschka ist immer noch von der russischen Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Er muss weiterhin bei Freunden im Umland von Moskau untertauchen. Wie wird das alles enden? Werden Sie sich das ganze Leben verstecken? Wieso? Mein Freund hier zum Beispiel. Er war über sieben Jahre auf der Flucht. Ich kann erst mal hierbleiben. Gott sei Dank habe ich Freunde, gute Anwälte, die alles für mich organisieren. Ich fahre manchmal nach Russland, aber ich möchte meinen Partnern dort keine Probleme machen. Wir haben das Geschäft zusammen, wozu ihnen Probleme bereiten. Ich fahre nach Russland sehr selten. Die Zeit der kriminellen Autoritäten ist vorbei. Heute nennt man sie in Russland autoritäre Geschäftsleute. Ihre Ehre verteidigen sie nun mit Hilfe der Justiz. Ich kann nicht sagen, ob die Geschäfte legal sind oder illegal. Wenn man sich darüber im Westen unterhält, wundern sie sich. Dort sind die kriminellen Bereiche klar abgesteckt. Prostitution, Pornografie, Drogen, Waffengeschäfte, das war's. Wenn du dann über das kriminelle Geschäft in der Erdölindustrie redest, verstehen das Ausländer wirklich nicht. Es ist tatsächlich eine Besonderheit des kriminellen Geschäfts in Russland, wenn Bereiche, die überhaupt nicht kriminell sind, trotzdem unter die Kontrolle von Verbrechern geraten. Banken, Finanzinstitute, Außenhandel. Heute wird nicht mehr mit Lötkolben oder Bügeleisen gefoltert, um Geld zu erpressen wie Anfang der 90er Jahre. Jetzt zieht man sich schick an. Krawatte, weißes Hemd, teurer Anzug. Man fährt mit teuren Autos, sitzt in Restaurants, redet miteinander, löst ganz friedlich Probleme. Und wenn man sich nicht einigt? Ein Killer, eine Bombe, der Mensch stirbt. Hallo Julia, hier ist Edik. Hast du heute den Anruf erhalten, heute Nacht ist ein Kumpel von uns gestorben. Hast du das gehört? Wir wollen sowas haben, verstehen Sie? Etwas grösser vielleicht. Passt hier ein Foto? Ja, natürlich, Beileids schreiben, Foto, alles was dazu gehört. Ich glaube, wir nehmen das, ja? In Usurisk, im fernen Osten Russlands, scheint die Zeit in den 90er Jahren stehen geblieben zu sein. Hier wird das Geschäftsleben immer noch direkt von Verbrecherbanden kontrolliert. Und immer noch werden Konflikte mit gewaltsamen Methoden gelöst. Edik, alles klar, wir haben ihn. Der soll zahlen, verdammt. Ist nach Moskau geflüchtet. Dachte, er kann sich dort verstecken, wir würden ihn nicht finden. Hat von uns Geld bekommen und ist damit ausgerissen. Dann kommst du zu ihm, fängst an mit ihm zu reden und der geht hin und zeigt dich wegen Erpressung an. So läuft das, was soll man da machen? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Polizei-Razzia in Moskau. In einem Casino von Alemjan Tochter Hunov wird gefeiert. Geburtstag hat der bekannte Dieb im Gesetz Besik. Alles perfekt. Danke, dass Sie meinen Geburtstag nicht verdorben haben. Was für korrekte Leute. Sie sind ja so elegant hier reingekommen. Auch der Hausherr persönlich ist anwesend, will aber diesmal nicht vor die Kamera. Guten Tag. Und was machen Sie hier? Hören Sie auf mich zu filmen, ich will das nicht. Hier gibt es keine Kriminellen. Hier sind lauter Sportfunktionäre, Boxer und ehemalige Olympiasieger. Hier dürfen keine Kriminellen anwesend sein. Mit Kriminellen trifft man sich doch unbeobachtet draußen vor der Stadt. Für den freundlichen Jubilar Besik ist es der letzte Geburtstag. Zwei Wochen nach dieser Razzia wird er durch eine Autobombe getötet. Es war eine andere Zeit. Aber man muss diese Zeit vergessen. Das sind keine schlechten Leute. Die Leute aus jener Zeit, sie sind unschuldig. Sie sind unschuldig. Wichtig ist, sie sind auf dem richtigen Weg und sie sind bereit, sich für die Zukunft zu ändern. Heute sind sie gute Geschäftsleute. Politiker. Heute ist vieles anders. Es gibt heute keine Kriminalität in Russland. Jetzt ist alles in Ordnung. Die alten Zeiten sind vorbei. Du redest über Diebe. Für mich ist das eine Beleidigung. Das ist nicht mehr interessant für mich. Ich bin schon lange weg davon. Ich stehe weit über dem. Organisierte Kriminalität aus Russland in Europa. Längst hat sie sich in vielen Ländern erfolgreich eingenistet. Ermittlungserfolge gegen einzelne Gruppen, wie bei der Operation Troika 2008 in Spanien, zeigen das Ausmaß der kriminellen Verstrickungen. Häufig aber, wie in diesem Fall, folgen quälend lange Prozesse, an deren Ende die meisten Verhafteten wieder freigelassen werden. Europaweit haben die Spezialermittler gerade bei Geldwäschestraftaten einen schweren Stand. Wir bemühen uns, mit allem, was wir können, die Straftate nachzuweisen. Es gelingt nicht immer. Und besonders bitter ist es dann für die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie dann nach sehr aufwändigen Ermittlungen mit Untereinschaltung, also entsprechender wirtschaftskriminalistischer Prüfmethoden und internationaler Zusammenarbeit in die Situation kommen, Gelder wieder zurückreichen zu müssen, obwohl der Verdacht besteht, und zwar der begründete Verdacht besteht, dass die Gelder aus Straftaten stammen, diese aber im Einzelnen präzise so nicht belegt werden können. In Moskau regiert das Geld. Alles, was richtig teuer erscheint, ist gerade gut genug für eine relativ kleine, aber extrem reiche Klientel. Woher deren Gelder ursprünglich kommen, bleibt meist im Verborgenen. In Europa versucht die Polizei seit Jahren, die Zugehörigkeit sogenannter autoritärer Geschäftsmänner aus Russland zur organisierten Kriminalität nachzuweisen. Fast immer vergebens. Wir haben die Verbindung aus legalen Strukturen mit illegalen Strukturen, die zum Teil dann darüber hinaus auch in den politischen Bereich reinreichen. Wir haben also eine Gemengelage, die man hier in den westlichen Staaten in der Form nicht gewohnt ist und die ist daher auch praktisch für uns unmöglich zu durchschauen, weil man letztendlich nicht weiß, wo hört das Legale auf, in Anführungszeichen, und wo beginnt das Illegale. Ich bin gut durchs Leben gekommen. Das war interessant. Natürlich mit viel Kampf und Verlusten. Aber ich habe das überlebt. Heute bin ich ein glücklicher Mensch. Ich habe meine Kinder, meine Enkel, viele Freunde. Alle lieben und respektieren mich. Was braucht man noch? Wir bringen dann das Sofa rüber, sehen Sie? Ich werde den Fernseher auch unter das Schutzdach stellen. Ich werde dort liegen und fernsehen. Ich werde Olympia schauen. Die Sonne wird scheinen und es wird warm und gut sein. Das wird der neue Präsident Russlands werden. Sehen Sie diesen Blick? Die hellen Augen? Blond. Haben Sie so einen Usbeken schon mal gesehen? Wenn jemand mich früher gefragt hätte, wo hast du die größere Chance zu überleben? Wenn wir dich aus dem Flugzeug schmeißen? In 10.000 Meter Höhe? Oder im Leben? Ich hätte wohl die erste Variante gewählt, denn im Leben hatte ich eigentlich keine Chance. Eher noch, wenn ich aus dem Flugzeug gefallen wäre. Es gab noch eine Chance. Aber in der Leben gab es keine Chance. Diese Ikone wurde nach dem Befehl von Tsar Nikolai gemalt. Das ist die Rubensschule. Gehen wir weiter. Das ist Rubeljov aus dem Jahr 1405. Eine zweite ähnliche Ikone gibt es nur im Kreml. Das ist der Erlöser auf dem Thron. Die Größe ist 3,14 Meter. In der ganzen Welt gibt es kein ähnliches Bild. Das ist der Kreuzestod, Jerusalem Einfahrt. Alle heiligen Bilder werde ich der Kirche übergeben. Sie werden aber trotzdem im Besitz meiner Familie bleiben. Ich bin heute Präsident der Assoziation der russischen Kirche in Cannes. Ich habe den Segen vom Patriarch Kirill Maskowski und vom Herrscher Ilarion der russischen Auslandskirche bekommen. Ich bin der Präsident. Wir haben eine neue Assoziation gegründet und uns eine Satzung gegeben. Sehen Sie, es klappt bei uns. Wenn nicht wir, wer dann? Vitali Djomotschka kann von seinem liebsten Hobby nicht lassen. Wieder will er einen Film drehen, castet die ersten Schauspieler. Wieder wird es auch um ihn selbst gehen. Und um die Geschichte der russischen Kriminellen in den wilden 90er Jahren. Ach, der Killer. Der hat wohl schon vergessen, wen er gerade unter die Erde gebracht hat. Genau solche brauchen wir jetzt. Er zählt so viel wie eine ganze Bande. Das Wichtigste ist, dass die zwei jetzt das gleiche Schicksal teilen werden. Du hast den Killer auch auf sie angesetzt? Okay, das war in Ordnung. Mit dir kann man arbeiten. In der Szene mit Bill und Sebastian muss noch mehr Angst dazukommen. Und in der anderen Szene mehr Emotionen. Das war damals alles Realität. Die aufsehenerregendsten Morde Anfang der 90er. Nur hier bei uns. Und diese Ereignisse werden wir jetzt verfilmen. Leider sind alle Personen gestorben. Deshalb werdet ihr die Leute spielen, die nicht mehr am Leben sind. Das Ende des Films? Niemand bleibt am Leben. Sie haben sich gegenseitig gefressen. Warum haben Sie sich filmen lassen? Ich tue im Leben immer das, was ich für richtig halte. Wenn ich Ihnen darüber nichts erzähle, geht diese Wahrheit irgendwann verloren. Das finden Sie dann nirgendwo mehr. Niemals und bei niemand anderem. Sie erfahren so die Realität. Da gibt es nichts zu beschönigen oder zu fantasieren. Um im Leben zu gewinnen, muss man eine Persönlichkeit sein. Das Schlimmste im Leben, was ich immer gefürchtet habe, ist, zur grauen Masse zu gehören. Wie alle hier. Ich erkläre es Ihnen noch einmal. Zeichnet das auf. Ich bin kein Krimineller. Ich bin ordentlich. Ich habe euch meine ganze Biografie erzählt. Ich bin ein guter und ordentlicher Bürger Russlands. Ich wollte für meinen neuen Film Gate bei kriminellen Autoritäten einsammeln. Aber es zeigt sich, dass die Kriminelle Welt weit entfernt ist von der Kunst. Ich stehe da wohl allein auf weiter Flur. Ein bisschen davon. Heute zeigt sich, dass